Liebe Märchenfreunde, wie alle Kinder bin auch ich mit den Märchen der Brüder Grimm, die in Hanau geboren sind, groß geworden. Märchen entführen uns in eine Traumwelt. Sie geben uns Hoffnung und sie lassen uns an das Gute glauben. Und in allen Kulturen gibt es Märchen. Und diese fantastische Welt der Märchen, die eröffnen uns die Brüder Grimm-Festspiele in Hanau. Vom 11. Mai bis zum 29. Juli können Sie sich begeistern an Dornröschen und Froschkönig und die Prinzessin auf der Erbse. Und im Sonderprogramm, da kommt der Brandner Kasper und die Leiden des jungen Werther. Also, ich muss Ihnen sagen, ich bin begeistert und ich hoffe, dass ich Sie auch begeistern kann. Kommen Sie und freuen Sie sich an diesen einmaligen Inszenierungen. Herzlich Willkommen, Ihre Märchenbotschafterin Marie-Louise Marian.